Zwölf Gesundheits- und Wellnessvorteile von Yoga Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von www.intuition.ch Seit der Arzt den Onish vor mehr als drei Jahrzehnten Yoga in sein bahnbrechendes Protokoll zur Vorbeugung, Behandlung und Umkehrung von Herzkrankheiten aufgenommen hat, hat sich viel verändert. Damals war die moderne Medizin noch nicht bereit, die Idee der Integration von Yoga zu akzeptieren. Das heutige Bild unterscheidet sich stark von dem der Vergangenheit, da Yoga ein zunehmend integraler Bestandteil des Lebens im 21. Jahrhundert geworden ist, haben Wissenschaftler neue Instrumente eingesetzt, um tiefer in den Körper zu blicken und zu sehen, was physiologisch passiert, wenn wir Yoga praktizieren, nicht nur die körperlichen Positionen, sondern auch die Atemübungen und die Meditation. Die von diesen Forschern gesammelten Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Praxis uns geistig und körperlich auf eine Weise beeinflusst, die dazu beitragen kann, einige der häufigsten Beschwerden, die unsere Vitalität mindern und unser Leben verkürzen, zu verhindern oder zu behandeln. An vielen medizinischen Einrichtungen werden Dutzende von Yoga-Studien durchgeführt, zum Beispiel in Duke, Harvard und an der University of California in San Francisco. Einige dieser Studien werden von der Regierung finanziert. Es werden immer mehr Studien über Yoga durchgeführt, was zum Teil auf die Forschung des Institute for Extraordinary Living im Kripalu Center for Yoga and Health zurückzuführen ist. Dies ist eines der ersten US-Forschungsinstitute, das sich ausschließlich mit Yoga beschäftigt. In Indien ist Shirley Tells die Leiterin der Patanjali Yogpeth Research Foundation, die Studien unterschiedlichen Umfangs durchführt. Die Zahl der Studien, die die Auswirkungen von Yoga auf die Gesundheit untersuchen, hat in letzter Zeit stark zugenommen, aber Experten sagen, dass sich ein Großteil dieser Forschung noch in einem frühen Stadium befindet. Obwohl sich die Qualität der Forschung verbessert, ist es noch ein weiter Weg, so Satbir Kaisa, ein Neurowissenschaftler aus Harvard, der die gesundheitlichen Auswirkungen von Yoga seit zwölf Jahren untersucht. Der Referent stellt fest, dass wir in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich mehr über die Vorteile von Yoga für unsere geistige und körperliche Gesundheit erfahren werden. Es gibt viele potenzielle Vorteile von Yoga, die noch entdeckt werden müssen. Den ganzen Artikel 12 Gesundheits- und Wellnessvorteile von Yoga mit verschiedenen Videos finden Sie auf www.intuition.ch Einfach den Link unter dem Video anklicken. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.